eine kuh nein ich meine hallo welt da sind wir wieder hallo sandra die kuh hält ganz schön was aus ich glaube wir sollen keine kühle töten hier haben wir ganz viel ethanol das war schön schon passiert jetzt könnten wir ethanol zu einem lager von uns bringen zu einem außenposten also ich mag hier bei eben die raffinerie ja okay dann fahren wir doch dahin fährst du gehen und ich den oder wie du möchtest ja ist möglich ich fahre mal das ist so lecker ich komme ja klappt ja hier klebt hier heute am hochbrunnen Oh-oh. Ah, da bist du ja. Fahr, fahr, fahr. Ich bin schon dabei. Nicht doch! Aua! Ich fahr falsch! Oh nein, dieser Baum! Ich bin tot. Oh nein! Die haben einfach geschossen, da drauf. Naja, ich bin betäubt, aber alles brennt um mich herum, glaube ich. Lass dir Zeit ruhig, weil ich habe genug Zeit. Vielleicht hört das gleich auf zu brennen. Oh je, das ganze Ethanol, das hätten wir gebraucht, Richie! Ja, ich weiß, das ist immer, immer kaputt geht das so schnell. Ach. 75 Ethanol vielleicht. Ach. Ich komm. Das hat nachgelassen. Wo bist du denn? Du hängst. Ich bin im Auto. Äh, ja, du hängst so im Auto, dass ich... Kommst doch nicht dran. Nicht dran komme. Soll ich aufgeben? Warte. Komm nicht mal ins Auto rein. Ja, gib mal auf. Es ist... Ich komm nicht dran. Vielleicht von der Seite? Ja. Du hängst zwischen dem Teil. Oh. Oh. Ich hab jetzt gestorben. Oh ne. Hallo. Grüß dich. Ist das die Raffinerie? Wann haben wir die denn? Ja. Ja. Ich bin hinter dir. Okay. Ich hab meine Mission aufgefüllt. Und dann... Ja. Ähm... Kann ich mal eben... und... Ähm... Ja... 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 Wie krieg ich ja die Idee? Ja... Möchtest du fahren? Ja... Ich möcht nicht fahren. Ich fahrt im Leben. Ich krieg den Wehpunkt gar nicht mehr weg. So. Hä? Okay. Ich komm nicht entfernt. Okay. Hab ich ein Pferd. Dazu gibt mir das noch. Ich hab mich angefangen. Naja. Der muss. Was ist hier wieder los? Der nächste... Was ist hier? Na, die machen da Ärger. Ja. Und? Weiter? Ja. 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 Ich kann das. Komm schon. Ich brenne. Mein Einhorn brennt. Alles brennt. Ich kann nicht mehr fahren. Es fährt nicht. Ich bin tot. Ich auch. Mein Einhorn. Das war das letzte. Nein, ich hab noch eins. Ich hab noch eins. Guildiaen. Danke, dass du Prosperity mit uns verteidigt hast. So, ist dein Unikon da da? War ja auch ein Wunder. Ein Moment. Moment, Moment, Moment. Und... Wie jetzt? Achso. Das war gar nicht bei Elite. Das war hier. Einhorn-Trike. Da ist das wieder. Juchu. Alles ist gut. Und sogar richtig rum auf die Straße. Wie cool. Wollen wir auf Büffeljagd gehen? Büffel? Ja, können wir ein andermal machen. Ich glaube, das Material, was man da rausbekommt, das braucht man. Platinen oder was das ist, kann man eintauschen. Ja, wir haben ja zwei Büffel. Ja. Warum? Verrückt. Frontal auf uns zukommen sie. Ich hoffe, vielleicht lenkt es sie ab. Ich muss rein auf die Karte. Warum geht noch so gut? Ich habe schon was gemacht. Ich habe schon was gemacht. Das rottet aber nicht. Oh, habe ich das eventuell aktiviert auf Stufe 2? Das glaube ich nicht, nein. Heiliges Holz hatten wir noch nicht. Nee, nicht heiliges Holz. Da, wo wir gerade waren, die Raffinerie. Die Raffinerie? Echt? Ist das rot? Nö. Okay. Ich kriege den Wegpunkt gar nicht weg. Bär! Habe ich mal getroffen? Ich glaube fast ja. Hat sich danach angehört. Hirsche. Ja. Ich glaube, Ritchie anhalt. Jetzt schon? Ach ja, richtig. Gehört uns ja noch nicht. Ein gutes Ross. Wer geht wo? Du gehst da. Ich gehe hier. Moment. Nichts machen, wir müssen den Alarm erst ausknipsen. Ah ja. Kannst du den von dir ausknipsen? Ich kann den hier nämlich nicht knipsen. Ähm. Denk ich nicht. Ich bin hier. Oh, Moment. Vielleicht. Nö. Von hier aus sehe ich den Alarm jetzt nicht. Ah, das sind alles so schöne, verlockende Ziele immer, ne? Wenn man die sieht. Aber zuerst den Alarm. Oh. Das ist gediegen. Ich auch nicht. Soll ich mich reinschleichen? Okay. Okay. Okay, jetzt. Okay. Ich hab ihn. Alarm ist aus. Okay. Okay. Ja? Da wissen sie Bescheid jetzt. Renn doch nicht weg. Renn doch nicht weg. Das ist schön. Das gibt extra Ethanol jetzt. Dafür, dass wir den Laster letztens verloren haben. Schwisch. Um aufzunehmen. Oh. Da ist jemand zur Säcke hingelegt. Ja. Hm. Na ja, gut. Hm. Ah, schon kapiert. Oh, hier sind's halt. Kann ich keine zwei nehmen? Was? Äh, mit mir rumtragen? Was, zwei? Zwei von denen. Was war das? Mach das. Ich wollte, wenn du mal ruhig stehen bleibst, gehen. Okay. Nee, kann ich nicht. Warum auch immer. Jetzt. Das heilige Holz haben wir jetzt. Ja. So schön. Oh, da hinten ist eine Vorratslieferung runtergegangen. Schön in die Sonne legen. Ich will klar. Prima. Ethanol. 39 Ethanol gab das. 39, ja. Hast du schon alle Teile gefunden, die es hier zu finden gibt? Nee. Ich hab's jetzt nur eins. Ich hab's jetzt nur eins. Danke für die schnelle Hilfe in Prosperity. Ja. Hier ist was zu lesen. Ich komm gleich. Du hörst dazu eine Menge zu sagen. Ich hab mir schon Sorgen wegen unserer Potaschevorräte gemacht. Gut, dass das Holzfäller leider wieder... Hier. Notiz an Holzfäller. Ich wollte euch nur alle mal wissen lassen, dass ihr wirklich tolle Arbeit leistet und dass wir diesen Monat jeden Plan und jedes Soll erfüllt haben. Mit dem ganzen überschüssigen Holz können wir uns auch gleich noch genau so ein Gebäude auf der anderen Seite hochziehen. Hier wird es langsam richtig gemütlich und das haben wir alles euch zu verdanken. Okay. Weitere Gebäude. Ja. Gar nicht so einfach zu finden, die Dinger, ne? Hier ist noch ein Safe hier oben. Gott sei Dank warst du während der Belagerung da. Diese Komponenten. Aber muss man ja nicht alle finden hierfür. Für den Außenposten. Hm, nicht unbedingt. Beim nächsten Mal, wenn wir welche finden, dann freuen wir uns bestimmt. Aber Komponenten braucht man sowieso für alles Mögliche. Ja, aber wenn keine da sind. Einen Schlüssel habe ich gefunden. Ja. Und hier ist auch noch ein... ...Abspiel-Ding. Auf drei. Eins, zwei, drei. Hey, Camper. Ich von Kamer, war das so. Aber vergesst nicht, wir haben es soweit gebracht, weil wir auf jedem beschissenen Ort, den wir übernommen haben, auch das allerletzte rausquetschen. Also quetscht, ihr Wechser, quetscht! Oh. Quetschen. Quetschen. Ja, dann. Hier war doch noch ein Schuppen. Genau, hier hinten. Schuppen. Und ich habe für irgendwas einen Schlüssel bekommen. Vielleicht für einen Schuppen. Ich komme hier auf was. Wo ist denn der Schuppen? Was ist denn du da? Ach, wir sind... Highwayman-Mitteilung. Wenn du rein willst, der Schlüssel ist bei der Ethanol-Maschine. Habe ich den Kackbratzen von Bauern abgenommen, die wir abgeknallt haben. Und musste erst mal das Blut runterkriegen. Aha. Na guck. Nein, es gibt hier keins zu suchen, also diese Komponente. Hier drin, hier drin, eine Komponente war doch hier noch. Ja, ja, aber man muss sich zum Beispiel sechs Stück suchen oder so. Ich glaube, wir haben hier alles. Aha. Oder? Boah. Safe haben wir. Gut, dann kommen wir in der nächsten Folge ja weiter. Ja, genau. Na, wir bedanken uns für euer Zusehen. Ja, für eure Kommentare und für eure Likes, lieben Dank dafür auch. Ja, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.